Hallo und willkommen zu einem kurzen Tutorial zum Thema Arbeiten mit ND-Filter. Hier in diesem Fall mit Lie-Filter-System. Was brauchen wir einmal grundsätzlich dafür? Wir brauchen einmal einen sogenannten Lens-Adapter, den wir auf unser Objektiv aufschrauben. Wir brauchen das Filter-Haltesystem, das wir dann auf diesen Adapter einfach aufsetzen. Und wir brauchen unsere ND-Filter. Bei den ND-Filtern gibt es verschiedene Versionen. Hier gibt es den sogenannten vollflächigen Filter, also reiner Grau oder ND-Filter. Bei Lie gibt es hier den sogenannten Little Stopper, den Big Stopper oder den Super Stopper. Und es gibt sogenannte Verlaufsfilter. Die Verlaufsfilter unterzeichnen wir nochmals unter Hard Grid oder Soft. Der Unterschied ist nur, ob der Verlauf einfach noch weicher verlaufend ist oder geradelieniger ist. Wann brauchen wir überhaupt ND-Filter? ND-Filter kommen immer dann zum Einsatz, wenn wir Langzeitbelichtungen oder wenn wir Verschlusszeiten um ein Vielfaches verlängern möchten. Oder wenn wir Vordergrund und Hintergrund mit extremen Helligkeitsunterschieden haben und diese ausgleichen wollen. Wann brauche ich was? Gute Frage. Nehmen wir an, wir fotografieren gegen die Sonne. Der Vordergrund ist sehr dunkel. Der Hintergrund natürlich sehr hell reißt aus. Um diesen Kontrast auszugleichen, würde ich dann einen sogenannten Verlaufsfilter nehmen, indem ich dann den hellen Himmel dementsprechend abdunkel zum Vordergrund. Den vollflächigen Filter brauchen wir dann, wenn wir zum Beispiel fließendes Gewässer weich darstellen möchten, um die Verschlusszeit extrem zu verlängern. In diesem Fall hier mit dem Little Stopper bedeutet das, wenn wir zum Beispiel bei einer Blende 4 eine 500. Verschlusszeit haben, haben wir mit diesem Teil dann 8 Sekunden Verschlusszeit. Zum Fotografieren selbst, zwei kurze Tipps. Die erste Sache, ihr müsst vorher das Objektiv auf manuell stellen und wirklich manuell fokussieren und alles fertig machen. Dann erst den Filter einsetzen. Mein Tipp hier auch noch zur Belichtung. Ich messe vorerst im AV-Bereich, welche Verschlusszeit mir die Kamera vorschlägt. Hier wiederum, nehmen wir an, Blende 4, 500 Sekunde. Dann kann ich bei der Umrechentabelle, die dabei ist bei den Liefersystemen, genau schauen, aha, 500 Sekunde ist gleich 8 Sekunden. Die stelle ich dann manuell ein und ich habe mein fertiges Bild. Das ist eigentlich schon das ganz große Geheimnis dabei. Was noch? Ich arbeite gerne in der Kombination Blitzgeräte und Filtersystem. Ja, das geht. In dem Fall meistens mit ganz starken Portiblitzen, wie zum Beispiel hier diesen HD600 von Photon. Die Bildidee, zum Beispiel ein Model, liegt im Vordergrund. Das wird mit dem Blitz dementsprechend angeblitzt und aufgehellt. Und der Hintergrund ist zum Beispiel im Meer, dass wir komplett weich zeichnen möchten, dass sie so wie in einem Nebel oder einer Traumlandschaft lebt. Das war es eigentlich schon von mir. Danke fürs Zuhören.